Sisu, wie geht's dir? Ich bin gut, ich bin gut. Wie hat die Saison angefangen? Wir haben eine gute Liga angefangen. Wir spielen nur drei Spiele, wir haben fünf Punkte. Ich denke, das ist besser für die Team. Wir starten gut. Du hast heute einen Ball gewonnen. Was ist dein Objekt für diese Saison? Diese Saison ist nicht für mich. Ich muss auch für die Team spielen. Wir haben eine gute Team. Wir haben ein guter Trainer, wir haben alles gut. Aber ich denke, wir brauchen mehr aggressiv. Ich denke, wenn wir gut spielen können, wir werden gut sein. Ich denke so. Du spielst gegen DG Foch an Saturday. Was sind deine Gedanken? Das ist eine gute Entscheidung. Das ist eine gute Entscheidung zu machen. Ich weiß nicht, das ist eine gute Entscheidung. Das ist eine gute Entscheidung. Man nennt sich die Saison. Ich spiel 100 Prozent. Ich bin hier für die Punkte. Das ist eine gute Entscheidung. Und zum Schluss. Was hast du nichts zu sagen? zu den Fans? Ich weiß! Jeder kennt sich die Kurdischen Leute. Ich liebe Kurdistan, ich liebe Dalku Fans. Dalku ist mein Herz. Ich gebe dir alles für diesen Klub. Ich liebe diesen Klub. Ich bin hier. Ich bin hier. Big Dalku. Vamos!